Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Bay FIFA 14 Koop Season mit dem Maxi und ja, aufgrund der höheren Nachfrage nehmen wir Deutschland heute mal und gucken, wie wir uns damit schlagen. Maxi? Ja, genau. Achso, okay. Ja, wir haben keinen Stürmer im Team, nur den Götze. Ja. Naja, werden wir mal sehen. Ja. Ihr seht hier. Aber was? Der Metz-Akademisch fliegt aber raus. Ich bin nicht. Setz den Höwedes für den rein, oder den Hummels? Hummels, so können wir spielen. Ach ja, und ihr könnt auch irgendwelche Bob-Teams in die Kommentare schreiben, ne? Genau, ja, wir nehmen jedes Team. Also ihr müsst dann wahrscheinlich erst mal selbst gucken, wie die Teams überhaupt heißen, weil sonst kommen wir auch nicht klar. Haben wir schon Gegner gefunden? Schon so. Das ging schnell, das war schön. Und Götze schießt, dass man so trifft. Ja, weil wir auch. Oh, ich darf nochmal schießen. Juhu, schießen. Oh, keine Ahnung. Boah, junge Lattenkreuz, angedreht. Oh. Jetzt ist die Allianz Arena aufgeschrieben. Jetzt, Trainer, ich. Alter, wir spielen in die Alpe-Vorstadt. In Wien Nord habe ich keine Lust zu spielen. Boah, Skiller. Abbrechen, abbrechen. Ja, dann habe ich. LOL. Ja, geil. Das ist ein Problem, der Hacker gewesen. Aber jetzt gewollt. Ich verstehe nicht. LOL. Jetzt haben wir vom... LOL. LOL. Wir haben drei Punkte. Juhu, wir sind die Besten. Okay, nehmen wir, nehmen wir erst, nein. Okay, unter den Umständen, die Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Leute, das sind wir wieder, nein. Das wäre natürlich nur ein Joke, das wird alles in der gleiche Frage sein. Und ja, Max, jetzt bin ich wieder bei Schalke. Ja, hast du angenommen? Warte mal, ich muss mal kurz zurückmachen. So, jetzt hier, komm, spielen Sie. Ja, ich stelle noch mal auf Deutschland. Ja, gut. Ja, aber ist so geil. Haben wir erst mal gewonnen. Ist für mich gut. Ja. Warum nicht? Die Norden möchte auch nicht jeder spielen, das ist verständlich, aber naja. Nein, jetzt habe ich nicht geschossen, jetzt habe ich gepasst auf den Neuen oder auf den Neuen oder auf den Neuen oder Film. Uuuuh, komm. Boah, Alter, der hat er geil gehalten. Mein Gott. Seien Sie herzlich willkommen im Olympiastadion. Ah, besser. Dank Dichmann und Manni Beugmann sagt guten Tag. Jetzt haben wir grünen Tricks. Uuuuh, da erst mal direkt Tricks mit Mösel. Ich hab, bitte. Scheiße, ich hab den Anzeigen, Vakir, Schwierer, Rundfrau. Boah, Mann. Und über die Schraube. Franzose. Nein. Sie sind hier und da. Das Dingster so. Geben wir jetzt, spielen wir gegen Real? Ja. Uuuuh, das ist cool. Wenigstens gegenwünscht. Wenig. Ja. Hallo, Jensen, beweg. Ich weiß. Warte mal ganz kurz, ich mach einmal ganz kurz Pause. Nein, ich will eben pausieren. Warte ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Was ist das. Ich bin sofort wieder da. Was ist das. Vielen Dank. Das war ich das. Das war ich. Was ist das. Was ist das. Was ist das? So, da bin ich wieder Sehr gut Muss ich kurz was rausschneiden, wenn mein Vater gehört hat Kann das sein? Nein Er hat jetzt die Gegnerpause gemacht, oder? Nein, lau, 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 lau Jetzt die Mitte, in die Mitte Oh, da wären wir nur Götze, lol, lol Das war das der Volte, von Giego Lopez Casillas Normalerweise habe ich gedacht, wir haben so einen geilen Kopf voll starken Stürmer, aber Da wäre der, äh, Tor heute mal ein bisschen daneben gesprungen, hier, wer hat der drin? Loll Casillas, Junge Huihihi Höfendes Oh Angucken, wie bin ich da gelaufen, das habe ich gar nicht gecheckt Ich bin einfach mal vor den Gelaufen Ja, geil Ja, geil Nix gemacht, sieht nach dem Ecke, schönes Tor Besser kann man das nicht machen, die Ecke, genau, Tor Neu, jetzt guck mal, sobald wir einmal führen Werden wir unsicherer Boah, Mann Alter, war der schnell Was feiert der Jansen denn, warum ist der noch von meiner Mühe? Bitte Oh nein Boah, schön neuer Wir haben einen guten Kopfballstuhl Ja, das kann man wohl sein Das habe ich letztens auch im Ultimate Team zu spielen bekommen Ja Loll, was war das denn? Du solltest doch hoch abwerfen Legt den Ball einfach vor, ja, 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 schieß, schieß, schieß Lamm soll noch schneller aus Eher und auf dem Rollstuhl Schön Schlecht Marco Reus Nein, ich bin aufsetzt Nein, ich bin aufsetzt Nein, ich bin aufsetzt Ohl, 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 ohl Ohl, 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 ohl Kein Problem für den Dörerhüter Hier auch runter Alter Soll ich passt doch viel Ja, ich hab's doch versucht Es sind Schwester Lo, ja, da sollte man bestimmt gekonnt Der Gegenteil, der Gegenteil, der Gegenteil, der Gegenteil, der Gegenteil, der Gegenteil, der Gegenteil Ich versuche den Ronald und so anzuhalten, nach ganz schnell Ja, jetzt so ein bisschen im Abseits, okay Achtung jetzt, dass er keine Flanke reinbringt Nein Das war scheiße Okay Ja, da stehen sonst mal eben den Benzimmer Hab ich Nach vorne Ja, okay, da kann sich der Götze wohl nicht durchsetzen Ja, was macht der da? Ja, ich renne erst mal daneben Gut Hätte ja klappt Achso, bei Maus, okay, ich dachte Absatz Ja, renn doch mal hinterher Reus, was ist denn da los? Ich hol' raus Ich hol' raus Ich stehst nach vorne oder auf den Flügel Runter Ah, wir müssen über die linke Seite kommen, der Kavachal ist ne lange Schnecke Okay Okay Ja, ja Das beim Neuer, da Da wird schwer Kokoschinski Ein solcher Weinschuss aus einer solchen Distanz Ja Runter Nicht weit Da Jetzt müssen wir nur durchlaufen Ja, ja, das ist Schürde Okay Frank Rahn Gott sei Dank Oh, schöne Flanke Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke Da musste er sich nochmal zurechtlegen Der Abwehrspieler kriegst du kaum unter Kontrolle Immer wieder steht Das Mini Lärm Kjr 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 Hier der Götze rennt Das Götze Maa Schülle A.S. 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 Marco Reus Wie Komm und dann Mach jetzt was Boah Schick schick Das war nicht so schick Loll Mach sie hier Warn her Das ist halt so bei FIFA Abwehrspieler Ja Was Jetzt hat sie sich dem Ball im Mittelfeld zurückgeholt Ja Ok Diera das war ein Pass Da machst du nichts Das ist die eine Ronaldo Ziege Verteiigung da nicht so raus Habe ich doch nicht. Nein. Junge. Was war das denn jetzt? Ja, ja, wer hat sich der gezettet von dem Ronaldo? Geil. Linker Flügel? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich laufe mal lieber beim Flügel, aber der war dann ein bisschen spät und dann muss ich zurück. Boah, Ten, jetzt renn doch mal hier. Boah, ist der naja gut. Zeig mal, wie war der denn noch dran? Boah. Schön, schön, schön. Hier, geh auf den zweiten Pfosten. Ja, versuch ich. Jetzt. Ui, ui, ui. Wer das denn, wenn Sie immer, wäre es gefährlich. Da hat sich schön freigelaufen. Ich schwöre aber auf den Lahm. Nee, doch nicht. Naja, hol einfach noch vorne. Oh lol, das war ich. Was war denn der Boateng da? Oh. Oh, Maxi. Schön, neuer. Oh, nein. Oh nein. Boah, Jan, ey, die dämliche Engine. Ich mach' Abstoßen für Christian Wallen. Ich, ja, super. Scheiß 540. Scheiße. Äh, beskriptet, äh. Das wollen wir uns noch mal anschauen. Ja, gerade noch den Straten, wo man machte. Da, okay, da war aber ein bisschen, guckte mal der Neue, was erinnert. Ich hab' die ganze Zeit schon, das kann der noch mal machen. Das ist der Gegner. Guck mal, der Neue, wie der Neue da einfach gesprungen ist. Aber den ersten Ball hat das übergehalten, den zweiten. Okay, Max, jetzt machen wir auch noch einen Tor. Ja, im spanischen Stadion. Oh, wir sind die Komponentoren und wir sprechen auf Deutsch. Oh, Götze. Zwei kam von der Börse. Hier, ich... Ach, schade. Das ist zu langsam eigentlich. Ein, ohne Schienen in der Halbzeitpause. Eins zu eins steht es hier. Ohne Schienen zur Halbzeit, Frank. Aber für die einen war Glück, für die anderen ein bisschen Pech. Ja, für uns war ein bisschen Pech. Also, wenn man gerade so die Torschuss-Statistik anschaut, klare Überlegenheit für die einen Seite, aber du musst die Dinger halt auch... Hallo, was macht denn der? Der soll jetzt mal weitermachen. Ja, wahrscheinlich auch den letzten Player. Ja. Ja, aber das ist die... Nee. 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 Jetzt bei der Schussgenauigkeit deutlich besser und sonst ist aber eigentlich mal besser. Okay, wir müssen sehr schützt, also wir spielen jetzt einfach... Oh, es geht weiter. Oh, es geht weiter. Ich mach's, sie rennt erst mal durch den ganzen Kreis. Wieiii. Hier macht du nicht die Mitte auf, ich bin der Stürmer. Wieiii. Ich muss sagen, ich bin richtig heiß auf die zweite Halbzeit. Vorausgesetzt, sie machen da weiter... Hier aber auf den Götzen. Oder so. Wut, 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 wut. Wut, 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 wut. Okay, wut, 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 wut. Ja, bestimmt, ich geh ja nicht mal auf den Ball zu oder so. Warum auch. Da, wieiii. Jetzt merkst du das Momentum. Da ist ein schöner Konter drin. Jetzt macht der Boateng irgendeinen Quatsch. Und der trifft so wunderschönen dann nicht. Alter! Hui! Hui, Spielschläge. Max, jetzt! Komm jetzt! Götze, rennen mal hier ein bisschen. Und Achtung. Max, du spielst! Flach! Die Flanke geht ins Leere! Johann storek von Jansen. Ui, den abhören ! Oh, loil! Ja, das hat doch ausgesagt! Ja, tun wir hier eine andere rein. Kann sie nicht so richtig durchsetzen heute. Müller hat's gut gehört. Ja, der hat einen Stärken auf dem nicht. um schlicht zu stehen okay Leute kommt alles noch jetzt jetzt gewinnen wir hier noch nichts oder auch immer ich habe sie gefällt mir auch nicht ja komm schnell Maxi du musst den anderen du musst du meinen Zellen was soll ich woher Tanks springen jetzt mal daneben ach so ich bin das Maxi warte war das abseits nein war es nicht renn doch mal Reus Flank rein Ui aber Müller ist der erster Torschuss direkt nach mein Gott der sollte das geht 95 über sich ist gefühlt in den wir wollen Brunner warum bin ich so weit nachsatzte die Zukunft im Verpacken hallo der war bei den beiden schlimmsten gebetet die Leibersatz Liste mangel wollte ich gerade mal besitzen schmeiß ich den Götzler aus da wollte ich gerade mal abziehen Junge warum warum spiele ich spiel warum spricht der spanischen Stadion Deutsch die Umstände sind in Deutschland nur hier ist der Stadion ihr flanken die Mitte also mal ganz ehrlich so wirst du kein und da ist ein Lohr ja ich würde ich würde es gut ist meine Güte was sie für eine Ballkontrolle haben es ist umfassbar Realismus zu nur daher war wenn jeder Ball verspringt Schöner das Neuer trotzdem jetzt Ecke aufpassen Blatt im Übrig ist nach vorne hier oben auf den Massen Schade jetzt über der Beobachter wird es gewählt wo ist es gut mitgespielt er geht entscheidend im Moment dazwischen es war auf mal ein wie jeder Spieler von Real Madrid es gefühlt sind kann man schneller ist die Drehbilder nicht passt doch ja Junge der Kaffee im Jahr Götze kann man so will dass die eine Rolle der Führer bei jedem Ball bei der Verteidigung die Flechtheit der Städte und hier kommt die Ballbesitz Statistik die Sportliebe sagt hat wirklich einen Vorteil schön 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 was auf Warte ich war das Spielstärke das gibt es doch nicht aber immerhin mal einer der Kopfwelle kann der Müller und das war so schöne Flanke und ich stand so frei Ui genau so was wie bei Jones ja sehr schön ich würde gerne erst mal andrehen oder so versuchen so komm Render Marcel Lois schnell Marcel Lois nicht schnell Reus ist eigentlich mit keine Ahnung wie viel Tempo deutlich schneller Reus hat eben die 6 ja wie viel hat Marcel Lois nicht also er kamen zumindest richtig schnell vor als ich mit dem Reus ins Lauf der musste oh Gott alter wo ist der Jensen eigentlich ja ich weiß nicht da kommt er gerade Krupple er ist einfach zu früh losgelaufen und zwar ins Abseits ich glaube jetzt einfach nach vorne ja wir müssen jetzt mal was machen Junge Boah Götze hier oben der Reus oder so Abseits hab ich jetzt noch ganz oft sich gespielt Abseits mach jetzt kleiner Spaten ein paar Minuten sind noch zu spielen und ich sag Ihnen da geht noch was in diesem Spiel Ui der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich Och was war das denn Boah ey wie kann man denn so einen Ball annehmen Boah 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 so vernehmen so wie sie sich nicht durchsetzen können er könnte sie sagen was ihr wollt das ist Momentum ja und dann jetzt wird er auf einmal hohen 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 das darf die Jensen wie ich es ist nicht jetzt war jetzt kommt die Flanke die kommen sie bislang ganz gut zurecht dank sei Dank und ich vernünftig los so Spiel hier hoch auf Müller jetzt jetzt ist es zu spät immer auf zu der ich wollte gerade Mondball bringen Deutschland wo ist die Jensen noch mal sehr gute Planke Boah gute Stellungspiel den Schuss abgeblockt hier hier um Schade Scheiße Nachspielzeit ist eh gescriptet ja was war das denn mit schon wieder Christian jetzt eh noch an LOL Boah Junge was ist das denn für eine Scheiße hab ich doch gesagt dass wir ein Kassieren Was ist das denn für eine Junge schreibt schreibt ihr mal in die Kommentare ob die 90 Minute gescriptet ist das heißt es steht vorher fest was passiert Junge er schreibt nicht er schießt einfach in der fünftesten und in der neunzehsten für eine Dramatik was für eine Dramatik lustig hier oben der Laden ja und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid Maxi das funktioniert nicht mehr da war einmal war das schön so eine Scheiße diese Mannschaft hat heute wirklich Grund zu feiern ja er hat sich feiern und das war ohnehin schon eine sehr sehr gute Bilanz und jetzt noch mal drei Punkte oben drauf dann gut dass wir auch aus Liga 10 Abschied die steigen können ja ja Leute das war's dann für die Folge wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin tschüss achso und ne Clubs in die Kommentare schreiben ihr wisst Bescheid bis dahin tschau tschau